Ja, und willkommen zum zweiten Teil hier des Case Openings der Acroma 2 Cases. Mit dabei ist immer noch... Lina? Lina! Und ähm... Heute ist auch der Tag, wo das Special am Ende ist. Also auf jeden Fall einschalten bis zum Ende. Oder spürt einfach, wo ist mir scheißegal. Macht was ihr wollt! Was ist denn das Special? Äh, das versteh ich dann nicht. Wir haben von 100 Cases noch 36. Liss Tripperin? Was? Liss Tripperin? Was? Ja. Echt jetzt? Oh scheiße. Und es geht los mit einem... Blilaskin! Ich wollte gerade sagen... Blilla! Blila! 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 Komm! Eine noch eine Galil Echo, Galil Echo, Galil Echo, Galil Echo, Galil, Galil, Galil Echo, Galil, Galil, Galil Echo, Galil, 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 Galil Echo. Mein Gott! Das ist viel Tester, das Echo. Sie ist voll schön. Sie ist voll öko-verbunden und... Sie ist grün! Ja, und da steht... Oh, da waren gerade zwei Galil. Äh, zwei Galil. Kennst du das? Wenn du auf diesen Autos auf diesen Stromautos... Immer so... Stromautos! Ja, da steht manchmal auch so eco drauf. Ja, da steht manchmal auch so eco drauf. Ja, voll öko-verbunden. Aber ich hab... Ich hab ne bessere als die eco. Was denn? Chatterbox. Oh! 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 Slacked! Nein! Hä, Slacked immer bei der Negev? Nein! Slacked allgemein, wenn das Ding dann aufgeht. Nein! Bei der Negev! Oh! 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 Oh Gott! Die krieg ich! Ich wusste, wenn ich die nicht bekomm, dann bin ich beleidigt. Die ist FN! Alter! Oder Minimal! Minimal! Ja, schade. Lass mich da mal hin. Wir wollen die haben! Alter, Scheiße! Aua! Schlag nicht so fest ein! Entschuldigung! Ich bin... Ich bin so positiv geworden. Du musst es ganz am einfach... Ganz am einfach! Naja, ganz am einfach! Ganz am einfach! Ganz am einfach! Ganz am Anfang hinschreiben bitte! RIP! Headset! Hörer. Weil mich recht sehr empfindlich eingestellt. Häm zwar. Empfindlicher eingestellt als sonst. Miau! Nuuu! Ich möchte endlich mal Overwatch bitte. Ich bring dir Glück, ne? Nicht nur beim Auto fahren. Stimmen für ihn jetzt war es so vor uns wissen angekommen sind richtig scheiß langsam fahrende Norden Bieter richtig dieser Gnade und was hat mir den Weg fallen man war nochmals als ergebogen sind bestimmt aber immer trotzdem ein ist ein Lansom Prozent Prozent das sind die Städte die das Leben Prozent aber er hat die Hester du hast doch deine das ist eine Idee der Niederländen gegen die Natur der ist nicht zu überbieten der tut es dann aber nicht sagt er tut es mir die Nachteile zu tun er hat mich in der Nähe als Mann für die Mitstätigkeit für die Scheiße die Lieblings die nicht warum Halsmaul? wir nennen uns Deagles Halsmaul, weil wenn wir einen Deagle Headshot geben, One Shirt ist ein Halsmaul weil der dann ja nicht mehr sagen kann Zack Headshot Halsmaul hat Dings eingefügt Rivals hat es gesagt Oh, ich muss Schnittschleid mal wieder an Halsmaul gegeben und wir dann so, weiss? Ich werde mich Ruben gleich einschreiben, ich werde es mit dir. Ruben wird mich einschreiben ich bin und ich müsste es nicht mehr lieben bitte besser du kannst mich am Arsch lecken, die ist wahrscheinlich auch Battlestar so welche 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 so hat doch die Bananen instead weggelebt Bananen cool werden die B1200 Valente es hat gelackt, hast du gesehen? balance ok nein und noch ne Max of a Mead wir könnten einen picken Trade Up machen na na na, glasreis irgendwie hab ich so das Gefühl die Keys reichen nicht, ja ich hab nur ein bisschen Geld drauf und eine AK Elite Build Prozent Prozent und siehe Prozent ich spüre einen leichten Luftschutz unter meinen Prozent aber nicht ich ja ich muss dasselbe nein aber eine Partei haben wir ja gekriegt ganz am Anfang ja er redet ihn auf die zweite Seite muss und und eine Ohr mein Gott aber auch wenn wir zu viel Blau kriegen wir nie auf den Krümmer 2 zu öffnen ich schwöre es ich würde es ist die geistigkeitsstil überhaupt inzwischen ich habe die Hyperpiece schon geliebt als in der Aufmerksamkeit st das hat die Gebäude dem Wettbewerb bestimmt hier ist das ist ein Wettbewerb der Wettbewerb ist in 5-7 es sei hier in der Leine 5-7 in Heidelberg übelgeleit das ist so schön eine Kronprinz ich glaube ich kann kein anderes Kind der so schön vor allem es gibt endlich mal einen zweiten roten M4-A1-Skin. Cool. Haben wir ja überhaupt noch nicht bekommen. Ich freue mich gerade total. Ihr merkt in meiner Laune. Freutage! Das wäre die vierte Galilec. Oh ja, wir füsteln. 13. 13? Ja, 13 bleiben übrig. Au! Warte, war das seine Zehe oder meine? Warte, 13. Das sind 26, gell? Passt genau, ich muss von denen noch öffnen. Wehe, das passt doch nicht, wenn ich mich erzählt habe. Ja klar, 2 Weißnetwerk vorbei, ich krieg die normale, ist klar. Ich tu mich auch. Du musst wieder irgendwas sagen. Okay. Einhörner, die macht mir jetzt alle, die einhörnern passen. Lina von Präsident. Nein, Lina von Präsident. Nein, Lina von Präsident. Lina von Präsident. Ja, das ist ein bisschen Lina. Ja, das ist ein bisschen Lina. Ja, das sind immer noch ein bisschen Lina. Das bringt dir jetzt Glück. Ja. Ja, das ist blau. Das ist lila, aber so farben. Die hat die Kollektion gewechselt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Uuuuh, eine State-Track-Negge! Uuuuh! 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 Interessiert mich nicht. 104 haben wir noch, das heißt, wir müssten noch 7 haben, ja. Ich bin gut im Rechen. Du nicht. Ne, 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 ne. Uuuuh, schon lange nicht mehr gehabt. – Juli ist grad gekommen. Was? Ne. Jetzt das, was drin, das was drin, das nix drin. Ach, schade. Ja. Komm schon, komm schon, irgendwas, komm schon, 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 komm schon. Komm schon, komm schon. Und dann ich höre den Ton, wenn es aufmacht. So, ich melde jetzt den da mit dem. Okay, warte, es wird langsamer, es wird langsamer, es wird langsamer. Ja. Ich höre schon am Öffnen, ob es blau ist und lila. Es hört man ja. Echt? Ja, klar, lila ist ein bisschen höher. Ist doch. Ja. Ja. Ui. Ding. Okay, nochmal. Da war ein rotes Kinn, habe ich gerade noch gesehen. Ding. Hier, war ein roter. Aber es ist lila. Stimmt. Noch einen, einen einzigen. Stopp. Warum halte ich die Luft ab? Okay, gut. Ding. Oh, nee, warte, doch. So, äh, ja, gut, gucken wir mal die Ausbeute an. Ja, gut. Hier, oh. Boah. Oh. Latter. Warte noch, wo sind die StatTrak Elite Build? Da, wo sind die? Bellworn, du nicht auch. Hier war doch auch noch eine. Was ist die? BattleScar. Natürlich, ich gebe mir keine Fieldtests, die war auch Fieldtests, die war auch Fieldtests hier. Ja, die ist, Fieldtests, die ist, Fieldtests, die ist, Fieldtests, die ist, BattleScar, so sieht es ja aus. Ähm, lass mich mal gucken, ob wir, aber ich glaube, ihr nicht, können wir einen blauen Contract machen. Die Grotto habe ich da auch. Da müsste ich dann die noch reintun. Jetzt pass auf, ich habe ja eine neue Max-7. Und die BattleScar kann da noch eins sein. Schon wieder. Habe ich das schon rausbekommen? Was ist denn die jetzt? Ist auch Minimalware. Ey, Leute, dann könnten wir ja sogar zwei Giveaways machen, ja? Und zwar habe ich die zweimal. Pass mal auf. Hey, du hast das Special verraten. Ja, das kommt ja jetzt. Achso. So, jetzt passt mal auf. Guckt, hier, zweimal StatTrak, WarmGuard, Minimalware als Giveaway an euch. Auch mal zwei mal jetzt aus einem Trade-Up-Contract bekommen. Und, ähm, was ihr dafür tun müsst, ist einfach, ist ganz einfach. Schreibt unten in die Kommentare einen einzigen Satz, wieso ihr CSGO mögt. Ja, den Satz. Lina schreibt schon mal. Und ich sag mal, wir lassen es laufen bis heute ist der... Ich habe kein Datum. Heute ist der... 24. Sicher? Ja, wenn es Sonntag ist. Wenn du das Sonntag hochletzt am 24. 24. Ja. Dann lassen wir das... Also ich habe zumindest Ferien. Lassen wir es bis zum Ende der Ferien laufen. So, das sind zwei Wochen. Eine andere Ferien, nur Bahn, Württemberg und Bayern. Oh. Okay. Die anderen Kämpfingsferien nicht mal. Oh, die haben keine Ferien. Gut, lassen wir es laufen bis zum Samstag, den 6. Juni. Nie. Da ist das vorbei. Und bis dahin können wir teilnehmen und dann wird es auch ein Video geben mit der Verlosung. Ähm, jetzt lass uns mal kurz gucken. Das sind die Gewinnern ins Video. Wahrscheinlich nicht, weil ihr wahrscheinlich in die YouTube-Komentern machen. Ja, dann schreibt den doch die TRP. Das überlege ich mir noch. Okay? Ja, ich komme zu sich. Guck mal, ich habe zwei Reihen. Rot. Wir werden auch verhaben. Eko, Eko, Eko. Also, Juli, alles, was du nicht brauchst, geht einfach an mich. Ja, natürlich, vier Wormgott, gell? Immer nur? So, jetzt lasst du dich mal gucken. Wir könnten ganz sicher, oh, okay, wir könnten, glaube ich, einen blauen Trader-Contract machen. Und, Lina, was abgeben? Nein. Oha. Gott, wie glücklich ich die gebracht am Essen. Nein. Was willst du, du bist bestimmt einer von ihnen. Viel Testercoast Pillars consistently. So we are a factory new, factory new, very new minimal. So, minimal domentsophone CRM. Minimal Bitcoin. Minimal. Minimal. imsical benefit. Certainly, Minimal ist mosquitoes. Minimal, minimal. Minimal greatest investment. Feiertestet. Feiertestet. Proceed. Ein CC Pole Position. Ah, ich hab's gerade angegeben. Bis zum nächsten Mal. Jetzt, ich muss es weiter kontrakten. Nächstes Mal? Was? Minimal. Da beginnt's doch. Minimal. 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 Geht auch noch. Feiertestet geht noch. Und Feiertestet. Musst du unterschreiben? Ja. Der Dings hängt! Wir sollen gar nicht unterschreiben! Hä? Boah! Jetzt müsstest du's durchlaufen lassen. Boah! Mach weiter, komm! Mach! Danke! Jetzt ein Fickes Hannes! 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 Loll! Ah! Okay! Cool, Dankespiel, dass es mir verraten hat, weil es mir kommen. So, jetzt machen wir mal das da. Huh! Fast? Diese Prämie ist … Ah! Moane wird die Dings richtig zu IUV Ah! Oder was? Ja, jetzt musst du es durchlaufen lassen, ey. Das ist die ganze Zeit was... Psst, meck dein Heat. Oh, danke. So, haben wir mal da noch. Negev braucht kein Schwein. Oh. Ah, jetzt geht's. So, nochmal die Negev. Hallo da draußen. Was? Daraus hat jemand Hallo gerufen, Alter. Hallo, Juhu. Seht ihr da, oder? ... ... Das ist die Frage, ob man einen pinken in lila nen Tracker machen? Mach halt! Ne, wir müssen den blauen fortwärtig... Oh, da bin ich ja nicht mehr so viel! Du willst auch eine? Von denen auch? Ja. Okay. Sieht wenigstens gut aus. So. Use and trade up contract. Viel Tests, viel Tests, viel Tests. Willst du auch eine? Ja. Guck mal wie lieblich mein Bruder hat. Wir sind es, wir sind sieben mehr. Doch nicht angucken. Was kommt raus? Banane, Banane, Banane. Reicht's noch ein? Darum hast du jetzt zwei. Das reicht noch ein. Ich hab drei davon. Boah. Willst du die auch? Wenn du sie nicht brauchst? Ich nehme alles. Okay, mir fehlt eine. Wir müssen noch einen blauen Trader machen. Ich hab drei davon. So, Battlescarp braucht niemanden, braucht niemanden. Weil man braucht auch niemanden, braucht niemanden. Das ist minimal. Weil was? Habe ich eine Factory hier? Nein, das ist nicht das Minimal, oder? Dann nehme ich die. Dann nehme ich die. Dann haben wir noch eine Max Eleven gegeben. Also. Use and Trade Up Country. Let's go. Pst. Wichtig. Tschöre. Möcht den Wormcode? Ne, ich hab eine Redline. Von wem? Jan. Hm, Gott. Sieht aus wie ein Fan. ja gut ich würde mal sagen das war es hier nochmal die zwei Hyperbeasts und bekommen hier die drei Monkey Business okay Leute wir machen noch einen Zusatz die Farmers Gin Field Tests gibt es noch dazu zu den zwei Statrack Worm God AWPs gibt es noch die Farmers Gin dazu also die drei Skins gibt es zur Auswahl ihr könnt natürlich nur ein Gewinn das heißt drei Gewinner gibt es dann nachher das heißt schreibt bitte unten drunter welchen Skin ihr denn haben möchtet falls ihr nichts darunter schreibt werdet ihr für beide reingelost wenn ihr was drunter schreibt werdet natürlich nur für eine der beiden reingelostet ist natürlich klar und um nun nun nur dann aber es uns trägt sie nicht wo ich mich schon noch nie die Bild vielleicht mit dir vielleicht nr an egal das kommt man dann nächstes mal und um an drei einmal was sie für dieses Special, äh, war jetzt doch ein Zweiteiler, weil, war dann doch zu viel, weil das sind jetzt 40 Minuten Aufnahme ja dann doch. Und, ähm, dann sag ich einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss!